ja hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren teil meines vlogs und ihr seht ich bin immer noch in vier in venedig und er wird ja auch jetzt zeitnah rauskommen das liegt ein bisschen daran ich habe mein letztes video also ich hatte es hochgeladen ist mir jetzt noch mal angesehen und mir sind noch ein paar sachen aufgefallen die ich vielleicht noch mal ergänzend sagen würde damit ihr das auch ein bisschen mit kriegt so ungefähr also damit er das da auch noch mal die hintergründe versteht also noch mal was zur berechnung sagen dann zu den spezialpreisen ihr seht der hier der kam jetzt als zweites und jetzt sollt ihr sagen warum habe ich den jetzt nicht sozusagen warum öffne ich jetzt keine kiste das erzähle ich kann ich euch ja schon mal verraten ich hatte die kiste mit den 12 prozent genommen die im ersten video gesehen hat und hatte glücklicherweise dieses ding hier bekommen also den das hatte ich bekommen ihr seht also in den spezialpreisen gibt es nicht das universale kit sondern hier gibt es immer die speziellen entweder die häuser die teile die ihr also braucht oder aber ein upgrade kit dann extra dafür also ob es das universale gibt weiß ich nicht und ich würde an eurer stelle auch nicht darauf spekulieren wäre natürlich besser wenn es das gebe also mit dem universal kit meine ich das was es hier am ende gibt also dieses hier ja piazza auswahlkit aber ich würde an eurer stelle nicht darauf tippen dass es das gibt also versucht lieber den piazza im einzelnen zu bekommen ich denke dieses piazza auswahlkit ist dass man am ende halt sagen kann okay ein teil fehlt noch also eins habe ich nicht bekommen und das kann ich dann mit diesem piazza auswahlkit sozusagen noch ergänzen weshalb das ganz gut ist das zu haben falls man irgendeine sache nicht bekommt da möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen also der piazza hätte ich gleich mal da bleiben können dann komme ich gleich noch zu anderen sachen ich gehe mal in das auswahlkit rein also ihr braucht sozusagen dass der set besteht ja aus fünf teilen wartet mal hier sieht man das glaube ich ja hier genau das set besteht aus fünf teilen die man jeweils noch einmal upgraden kann hier sieht man wie es aussieht wenn es einmal komplett abgegradet ist und dann bekommt man die fünf folge punkte ja das ist sozusagen das und da möchte ich vielleicht auch noch mal sagen das heißt also man braucht abzüglich der zwei dinger die man hier während der quest kriegt noch acht zusätzliche sachen das ist sozusagen dass also man braucht jedes andere gebäude noch einmal und noch für sage ich mal so von den fünf gebäuden für vier noch jeweils das entsprechende upgrade kit es lohnt sich also nicht wenn ihr jetzt das upgrade kit vier mal holt dann könnt ihr nur dieses ding vier mal auf stufe zwei upgraden bringt euch also nichts ja das ist vielleicht das und damit ihr nicht ganz so frustriert und sagt oh mein gott wie soll man das denn schaffen sage ich vielleicht dazu weshalb es jetzt gerade günstig ist und ich auch ein bisschen glück hatte ihr müsst gar nicht das ganze set upgraden ja wenn ihr dieses ding auf stufe zwei upgraden bekommt ihr hier vier ja hier wenn er das upgrade bekommt der zwei sind sechs von zwölf sechs von acht und jetzt kolle ich mal runter dieses müsst ihr noch upgraden wenn er das nicht upgraden zeit dabei sieben mit dem ding abgegradet seit dabei acht von acht fortsprungen das heißt ihr könnt die brücke und den ihr könnt die brücke und die hier könnte im grunde auslassen ich meine ist auch schön wenn man sie hat ihr seht hier hat man nur fünf prozent hier hat man dann sieben und elf aber die brücke ist gar nicht so notwendig und genauso ist es hier mit ist zwar nett diesen zusätzlichen verteidigungs boost und das alles zu haben ist aber an sich nicht so notwendig ja das heißt ihr müsst sozusagen und dieses hier upgraden also das ding upgraden das ding upgraden das ding upgraden das heißt ihr braucht also insgesamt nur acht sachen ja also damit ist es eigentlich möglich dass piazza zumindest von den fortsprungten her so hin zu bekommen dass es auch seine acht fortsprungte abwirft ja das ist ja das was man eigentlich erst einmal als ziel erreichen will und den rest kann man dann mehr oder weniger als bonus mitnehmen ja das ist vielleicht das weshalb jetzt auch gerade jetzt also dieses upgrade besonders wichtig ist ja also ihr seht ich warte auf die neun mehr acht stunden deshalb ist das halt besonders wichtig so eins möchte ich jetzt dann noch sagen wenn ihr zu meinen berechnungen wie ich das ganze berechnet habe also das möchte ich vielleicht auch noch mal sagen damit ihr das ein bisschen verstehen könnt also ich habe ich habe ich habe so ich habe diese 15 prozent genommen ja also wenn 15 prozent heißt sozusagen ihr habt 85 prozentige wahrscheinlichkeit dass er das nicht schafft ja und jetzt ist es so wenn ihr jetzt jetzt könnte man die bernoulli formel vornehmen und mit der bernoulli formel alles ausrechnen also mathe habe ich schon mal erzählt mit der kann man alle wahrscheinlichkeiten also wie wahrscheinlich ist es dass man bei elf versuchen ein zwei drei vier einmal den preis kriegt also das ding hier zieht die momel zweimal die momel zieht dreimal die momel zieht viermal die momel zieht fünf mal die momel zieht sechs mal die momel zieht sieben mal acht mal neun mal oder zehn mal und das heißt oder sogar elf mal ja ich meine für elf mal ja und ich habe sozusagen eigentlich nur die wahrscheinlichkeiten ausgerechnet dass man es gar nicht kriegt weil wenn man es einmal kriegt hat man ja sozusagen das was man wollte ja und das sind sozusagen die wahrscheinlichkeiten jetzt sagt ihr naja okay und wie berechnet er die das ist nämlich ganz leicht zu berechnen für die erste stufe sind es natürlich 85 prozent dass es nicht kriegt für die zweite stufe ist es sozusagen 0,85 mal 0,85 oder 85 prozent mal 85 prozent das rechnet sich halt schlechter sind 0,72 ja also 0,85 mal 0,82 sind also 72 prozent für den dritten zug dass er das immer noch nicht erhaltet ist es sozusagen 0,85 mal 0,85 mal 0,85 sind 0,61 und so weiter und so fort das heißt es besteht ja immer eine rechtschance egal wie oft ihr zieht und wenn ihr 100 mal zieht ja also nicht damit ihr das eben nicht falsch berechnet nicht dass ihr denkt ich muss ich ziehe sechs mal und sechs mal 15 sind 90 ja und wenn ich sieben mal hier sind das ja 105 prozent so ungefähr das wäre falsch gerechnet denn sieben mal sozusagen in den sieben mal steht sozusagen sieben mal die 85 prozent dagegen euch und das heißt dass er es nicht schafft ist 32 prozent und das ist mindestens einmal schafft in den sieben malen ja und dann kann man halt die anderen sachen zusammenrechnen wenn man will wenn es nicht schafft sind es 32 prozent dass es nicht schafft das heißt es sind sozusagen 67,9 prozent also 68 prozent knapp dass es schafft ja also dass es wenigstens einmal dabei habt so habe ich das sozusagen gerechnet und deshalb komme ich halt auch bei elf auf diese wahrscheinlichkeit von 16,73 prozent dass man es nicht schafft ja aber das ist für mich ja die interessantere frage wie hoch ist die chance dass man es eben nicht kriegt weil wenn man es kriegt hat man ja das was man wollte ja das ist so ein kleiner rechenfehler den vielleicht viele machen dass sie dann halt sagen okay fünf mal 20 prozent sind ja dann 100 aber ihr müsstet sozusagen 0,2 ja sozusagen ihr müsst sozusagen das ausrechnen aber es gibt ja auch dann die wahrscheinlichkeit beim ersten mal treffen beim zweiten mal nicht und deshalb greift hier halt ben wully da freuen sich die mathematiker drüber aber ich will nur eben sagen so berechnet sich die wahrscheinlichkeit ja und so kommt es dann eben auch dass ich meine ein zweitstadt also heute das event mag ich immer noch nicht also hier hatte ich jetzt vielleicht glück ja ich habe also diesen spezialpreis einmal gezogen ja das müsste eigentlich angezeigt werden wahrscheinlich hier ach so ist nicht angezeigt ach so weil ich das noch nicht habe aber ich kann es euch im inventar zeigen ja gut ja gut jetzt mache ich es auch noch jetzt kann ich euch das noch kurz im inventar zeigen da naja häuser kommen erst unten das kommt auch erst relativ weit unten in meinem inventar da ist das ja und das braucht man aber eben auch nur einmal außer ihr wollt habt vor das ding zweimal aufzustellen ja das ist so ein bisschen das da müsst ihr halt ein bisschen gucken und da sage ich für dieses upgrade kit also ihr braucht erst mal jedes upgrade kit minimum einmal und von den zwei sachen braucht er keins also braucht ihr im großen ganzen weil er ja hier noch im event dieses eine auswahlkit kriegt ist es halt gut wenn er jedes haus einmal kriegt und dann noch mindestens zwei upgrade kits dazu ja also die dann also ich habe ja jetzt schon eins das hier und dann noch von irgendeinem anderen dieser häuser die links bringen das noch als zweites und dann ist man schon mal erst mal safe für diejenigen die richtig gut pokern und sonst da was die könnten sogar versuchen und das zeige ich euch mal jetzt nicht an diesem gebäude sich noch einen effekt zunutze zu machen ja ihr könntet jetzt warum macht dann das jetzt hier ach so das will ich doch jetzt gar nicht er wird er wird aber zeigen okay na gut warum er das jetzt macht weiß ich nicht jetzt ihr könntet auch noch versuchen die anordnung so zu ändern dass ihr im grunde genommen das ganze noch ein zweites mal daneben stellen könnt und da zum beispiel fläche spart also zum beispiel wenn ihr jetzt die beiden habt also die die ihr habt könntet ihr die beiden noch mal so also ihr habt jetzt einmal aufgebaut da könnt ihr das noch mal daneben setzen dann hätte der noch mal dann hätte das dort daneben auch noch mal zwei anschlüsse wenn ihr das daneben stellt hätte das daneben sogar noch mal drei anschlüsse also ihr könnt sozusagen mit weniger gebäuden die ihr habt auch noch mal effekte erzielen ja so ihr wollt also das ist möglich ich zeige euch das mal an einer stelle jetzt nicht dafür da habe ich das jetzt auch nicht gemacht aber an einer stelle die ich ganz interessant fand das ist nämlich hier hier habe ich mir diesen effekt nämlich zunutze gemacht der braucht vier anschlüsse und diese hier brauchen zwei anschlüsse die türme daneben ja das heißt die beiden türme sorgen bei dem und jeweils noch mal für sich selbst die beiden türme sorgen bei dem und jeweils noch mal für sich selbst interessant ist es jetzt dass dieser hier auch von den beiden türmen profitiert und von den zweien und der dann davon das heißt hier habe ich sozusagen immer einmal eine linie sozusagen eingespart ja so dass die beiden die beiden und die beiden jeweils in beide richtungen was das zählen hier angeht an wirken ja also da habe ich mir sozusagen die haupthäuser und also habe ich die haupthäuser und dann kann ich hier dann strahlen die dinger sozusagen nach links und rechts was dann eben den effekt hat dass ich mehr haupthäuser aufstellen kann die ja meist den größten bonus erzeugen ja also das vielleicht dazu ok prinzip habt ihr glaube ich verstanden soweit und dann würde ich sagen das kann man ja auch mal hier ein bisschen durchspielen ob das funktioniert auch da das haupt kleine hauptgebäude ich habe das auch in einer stadt aufgestellt und da ist auch was merkwürdiges das kann ich euch noch mal ganz kurz zeigen aber dann soll es das auch für heute gewesen sein und für mich ist dieses immer noch nervig dieses nie in aber war es nicht nach mist in aber hol ist es nicht in greifenthal und da passiert jetzt etwas das finde ich sehr merkwürdig weil da eigentlich stand es gibt medaillen und jetzt kann ich mal runter ich hoffe das bild wird gleich wieder besser hier steht es nämlich und wenn ich es anklicke hat das hier einmal so einen zufälligen effekt das bedeutet das ist so dieser effekt den das hier hat ja wobei da steht plus eins jetzt weiß ich nicht normalerweise sollte es medaillen geben ich weiß aber nicht was das bedeutet ja kann ich euch nicht sagen ich dachte hier gibt es medaillen und dann dachte ich okay nimmst du das ding stellst es hin kassierst nur jeden tag ein paar medaillen an was soll der geiz also hier habe ich nicht vor in dieser stadt das habe ich ja schon einmal erwähnt das ding komplett aufzubauen aber ich dachte das ding kann ich zumindest erst mal hinstellen um noch ein paar medaillen mitzunehmen denn dafür habe ich ja den platz nun gut das soll es gewesen sein verabschiede ich mich mal mit dem bild dieses einen teils jetzt könnte ich hier natürlich noch das versuchen das upgrade kit dafür zu bekommen aber das will ich nicht denn ich wäre meine florens hier dafür sparen weil hier habe ich nur einen agenten versteckt und ich brauche noch mindestens drei stück um mit agenten auch ein bisschen mich durch das durch die gildene expedition mit dieser kampfstadt besser durch kämpfen zu können und die noch möglichst geschrumpft also es wird mein ziel sein agenten verstöcke und schrumpfkits zu bekommen damit es dann ein bisschen besser läuft okay das soll es gewesen sein dann wünsche ich euch jetzt viel erfolg bei diesem spiel und hoffe ich habe jetzt alles gesagt was ich was mir noch so in den sinn kommt ärgert euch bitte nicht also hier habe ich mich und vor allem das kann ich jetzt vielleicht noch mal sagen ich bin jetzt ist jetzt egal wo man ist ob jetzt hier drin oder nicht es ist jetzt eben verführerisch noch mal ein dings auszugeben ja aber also wenn ihr sozusagen die elf verzockt habt und jetzt ist hier das hier ganz riesengroß und ihr denkt so oh mein gott oh mein gott jetzt müsste doch die statistik besser sein ja jetzt sage ich euch bei elf mal ja ist die die wahrscheinlichkeit dass es elf mal nicht klappt 16 ums die wahrscheinlichkeit dass es elf mal nicht klappt ist 16,7 insgesamt die wahrscheinlichkeit dass es zwölf mal nicht klappt ist 14,2 also das heißt ja die wahrscheinlichkeit dass es dreizehn mal nicht klappt ist 12,0 die wahrscheinlichkeit dass 14 mal nicht klappt ist 10,0 also das heißt wenn ihr jetzt noch viermal diamanten investiert besteht trotzdem noch eine zehnprozentige chance insgesamt insgesamt ja dass es nicht klappt oder anders ausgedrückt wenn ihr jetzt noch mal das nächste wir haben jetzt die elf verschossen ja und ab jetzt fangt ihr an diamanten zu investieren heißt das weil dieses system rechnet ja nicht mit unseren wahrscheinlichkeiten sondern das macht einfach per zufall heißt dass wenn ihr jetzt das nächste die nächste jetzt vier von den dingen mit diamanten kauft um zu sagen okay dann habt ihr dann immer noch eine zwei bei vier mal eine 52 prozentige wahrscheinlichkeit gegen euch also nur eine 47 komma ja also eine 48 prozentige wahrscheinlichkeit für euch ja also das heißt ja überlegt euch gut ob ihr hier wirklich diamanten investieren wollt dafür ja also die wahrscheinlichkeit erhöht sich dadurch nicht und genauso ist es hier mit den 30 prozent also ihr könnt ja mal ausrechnen wenn ihr jetzt die 30 prozent einsetzt und das kann ich auch machen ne das mache ich jetzt nicht aber ihr könnt eigentlich die 0,3 oder die gehen wahrscheinlich die 0,7 eben ausrechnen 0,7 mal 0,7 wobei das kann ich ja doch noch mal machen dazu muss ich jetzt aber meinen taschenrechner das kann ich 0,49 müsste das sein also das heißt ja die gegenwahrscheinlichkeit dass ihr zweimal das nicht schafft liegt immer noch bei 50 prozent ja müsste 0,7 mal 2 sein ja das das kann ich noch im kopf 0,7 mal 0,7 genau 0,49 ist gleich 0,34 beim nächsten also bei drei bei dreimaligen ist es immer noch habt ihr eine 66 prozentige chance und bei viermaligen eine 24 prozentige chance gegen euch also sprich bei viermaligen ziehen ist es immer noch so dass in jedem vierten falle ja sozusagen indem ihr das hier einsetzt werdet ihr trotzdem mit dem vierten falle leer ausgehen ja also auch da nicht dass ihr denkt oh ich erhöhe jetzt die prozentzahl auf 30 prozent und dann habe ich doppelt so große chancen die verbessern sich zwar aber das heißt nur dass die gegenwahrscheinlichkeit sich schneller vermindert dass es trotzdem nicht schafft ist immer noch gegeben ja also da nicht verwundert sein ich rechne das jetzt nicht alles durch das könnt ihr einfach machen schnappt euch den taschenrechner gebt 0,7 hoch 11 ein und dann habt ihr die wahrscheinlichkeit wenn ihr das da eingeben würdet dann könnt aber auch mal 11 mal 20 sind 220 die ihr da reinlegt plus eure ja sind 220 die ihr da ja zusätzlich reinlegt und dann heißt es nehmen wir mal eure 50 plus 110 dann seht ihr bei 160 die ihr rausbekommen das heißt ihr macht 60 minus nur so als kleiner tipp ja wenn das jetzt und die chance ist immer noch da dass es nicht gegeben ist ja also das vielleicht so als kleiner gedanken anstoß ok das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein ich wünsche euch viel spaß wie gesagt für mich ist dieses event doch ein wenig grausam und ich habe jetzt auch beschlossen ich habe jetzt in einer nebenwelt einmal wirklich dir also ich habe mich ja auch so geärgert weil ich so in diesem ehrgeiz war dass ich einundzwanzig mal also wirklich einundzwanzig mal habe ich in einer nebenwelt hier so in aber habe ich einundzwanzig mal hier angeklickert ja also ich habe die elf plus zweimal fünf ja aus quests ja ich habe einundzwanzig mal ich habe den letzten fünf mal das hier investiert ja und habe das trotzdem nicht erhalten also einundzwanzig mal dann habe ich gesagt so regt mich das auf dann habe ich für 20 diamanten gekauft bin also bei dreiundzwanzig mal von den letzten sieben mal 30 prozent war und ich habe es trotzdem nicht bekommen und da waren hier über 300 sachen dann nachher drin und derjenige hat sich am ende gefreut der es dann gekriegt hat ich bin seitdem nicht mehr in die auge gewesen einfach aus trauer um meine diamanten aber die konnte ich mir noch leisten ja aber der ehrgeiz groß da merkt ihr mein ehrgeiz ist groß das zu bekommen und mein ehrgeiz auch deshalb ärgert mich das auch so wenn die statistik sagt naja du kannst es ja die nächsten zehn mal machen da wird es dann gelingen ne so ungefähr ich sage so ja ja von wegen liebe statistik du bist ein ja okay gehabt euch wohl bis zum nächsten mal euer christian achso habe ich das schon gesagt sorry zwei sachen noch in dem letzten video habe ich das drunter geschrieben die englische der englische wikipedia eintrag der englische wiki eintrag die haben jetzt für zu den truhen so eine wahrscheinlichkeit ja wolf hat es geschafft zu den truhen eine wahrscheinlichkeit in der sie florence pro prozent ausrechnen also das könnt ihr natürlich auch selber machen geteilt sozusagen ihr guckt fünf prozent und 105 also 140 durch fünf ja da sind wir bei 280 durch 10 sind wir bei 28 28 28 florence pro prozent und hier haben wir zehn also hier sind wir bei 20 florence pro prozent weshalb die gesagt haben okay wir nehmen also daran könnte man halt auch ausrechnen nicht immer die die truhe also die truhe die die wenigsten florence pro prozent hat ja ob das jetzt so viel sinn ergibt das ist noch mal eine frage für die statistiker aber das kann man auf der englischen seite auch nachschauen das wollte ich noch mal sagen steht schon unter dem anderen video aber das ist ja mit dem lesen so eine sache okay das soll es gewesen sein also bis zum nächsten mal diesmal aber wirklich hoffentlich zum letzten mal euer christian ding 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 bei der durchschau ist mir noch mal eins kurz aufgefallen das muss ich vielleicht noch ergänzen aber dann bin ich wirklich fertig hoffentlich aber zumindest bringe ich da nichts mehr wenn euch noch was einfällt schreibt in die kommentare der spezialpreis der kommt auch öfter mal wieder also ist jetzt nicht so dass wenn ihr den jetzt nicht bekommen habt und ihr zum beispiel morgen erst das video seht und denkt hätte ich den mal gestern oder so oder sonst irgendwie einen anderen tag die kommen immer noch mal wieder ihr müsst halt nur regelmäßig reinschauen wann die da sind das vielleicht nur als kleine ergänzung und die zweite kleine ergänzung ist wenn euch das video gefallen hat gebt einen daumen nach oben werbung dafür will ich jetzt mal eine weile durchziehen und abonniert mein kanal es ist kostenfrei Bis zum nächsten Mal.